Marcel Gottsch ist der einzige deutsche NHL-Spieler, der bei der WM dabei ist. Bei den Schweden sind es 14 aus der besten Liga der Welt. Der Unterschied war schon nach 77 Sekunden sichtbar. Markus Krüger, Stürmer von den Chicago Blackhawks, nutzte die erste deutsche Abwehrschwäche. Doch die Deutschen schlugen zurück, fast mit der Pausensirene. Hospelt auf Gugula, der passte. Frühes Gegentor, später Ausgleich, 1 zu 1 nach dem ersten Drittel. Wir haben ansprechend gespielt gegen ein Weltklasse-Team. Respekt gegenüber den Schweden. Es war sehr schwierig für uns, man ist ständig unter Druck. Und da wackelte auch mal die Bande. Leider aber auch zu oft die deutsche Abwehr. Ganz viel Platz für Stahlberg, der den Pupp unter die Latte hämmerte. Kurz darauf sogar das 3 zu 1. Aber auch das steckte das DEB-Team weg. Fischer auf Reimer, der Anschlusstreffer zum 2 zu 3 aus deutscher Sicht. Mehr ging nicht, die Beine wurden schwer. Die Schweden ließen die Scheibe laufen, erhöhten auf 4 zu 2 und schließlich 5 zu 2. Der achtmalige Weltmeister war einfach zu stark. Wir haben uns die ersten beiden Drittel ganz gut verkauft und waren eigentlich nah dran. Und haben ihnen dann zu viele Chancen gegeben. Ich meine, so eine Top-Mannschaft nutzt das natürlich aus. Es ist natürlich frustrierend, dass man eigentlich zwei sehr gute Spiele absolviert und mit 0 Punkten nach Hause geht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die zwei Tage gut nutzen und uns erholen von den zwei letzten Spielen hier. Und dann die Spiele jetzt hinter uns bringen, vergessen und nach vorne schauen. Am Samstag gegen Dänemark muss nun ein Sieg her, um sich die Chance aufs Viertelfinale zu erhalten. Dankeschön. Dankeschön.